Das Browser Ballett präsentiert Widerstandskämpfer der Neuzeit. Heute verneigen wir uns vor dir, Greta Gegner. Du stimmst dich tapfer gegen die größte Bedrohung der Menschheit. Ein 16-jähriges Mädchen. Wenn du, Greta, nicht aufhältst, werden die Menschen über ihren Konsum nachdenken. Und was kommt dann? Faschismus. Da gibt's Studien. Was die Welt jetzt braucht, sind keine Fanatiker, sondern erwachsene Menschen und konstruktive Lösungen. Du lässt dich nicht von einer Schulspänzerin und 97% aller Klimawissenschaftler verrückt machen. Du setzt auf den gesunden Menschenverstand. Che Guevara sagte, Worte, die nicht mit Taten übereinstimmen, sind unwichtig. Deshalb tust du was. Du schreibst Kommentare. Du bist unsere letzte Hoffnung. Lass nicht zu, dass sie die Erderwärmung stoppen. Sonst sind wir alle verloren. Lass nicht zu, dass sie die Erderwärmung stoppen. Untertitelung des ZDF, 2020